Herzlich Willkommen liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke für das Einschalten dieses Videos. Hier entscheidet ihr, welches Spiel ich nach MADH, sprich das Spiel hier, aufnehmen und spielen soll. Um welches Spiel es sich handelt, zeige ich euch jetzt. Vorsicht, es könnte in jedem Spiel ein Spoiler enthalten oder sein, da es manche alles auch gibt, die sagen, das Spiel kenne ich eben noch nicht. Die Story dahinter kenne ich noch nicht, deswegen Spoiler-Warnung. Nummer 1, Valkyria Chronicles. Dieses Strategiespiel ist etwas für alle Anime- und Manga-Fans unter euch, unter uns, unter meinen Zuschauern. Es besitzt viel Potenzial und eine gute Geschichte, die man dabei verfolgt. Dazu gibt es sogar nämlich ein Anime, der sich auf dieses Spiel eben abzieht, also davon ableitet. Also die Geschichte, die hier im Spiel verfolgt wird, gibt es auch in einem Anime, auch mit dem selben Namen Valkyria Chronicles. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Spiel aufnehmen soll und spielen soll, so schreibt eine 1 für die Nummer 1 Valkyria Chronicles, also einfach nur eine 1 in den Kommentaren. Nummer 2, die Zwerge. Hier ist es ebenfalls ein Strategiespiel, aber es ist nicht rundenbasierend, wie es eigentlich normal der Fall ist, wie man hier sieht. Nein, man kann hier sogar während des Spiels stoppen. Finde ich ziemlich sehr gut. Und in diesem Spiel handelt es sich um den Zwerg Tundiel, der ausgesandt wurde auf eine einfache Mission, die aber weiter ausartet, um das Land, das geborgene Land, wo er lebt, zu retten. Um, ja, wie gesagt, gegen Orks und andere böse Kreaturen. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Spiel aufnehmen soll, hier seht ihr gerade nur, ähm, nicht in der Kampagne, sondern etwas anderes. Wenn ihr aber wollt, dass ich die Kampagne aufnehme, dann schreibt eine 2 für die Zwerge auf, ja. Also, die Zwerge, ein ziemlich gutes Strategiespiel, halbwegs doch rundenbasierend, was so Bewegung angeht, aber es ist nicht rundenbasierend, wie die Total War Spiele, aber das Spiel ist auch super cool, es hat schon einiges. Es ist neu, also von den ganzen Spielen, die ich habe, ist es das neueste, was es hier gibt. Also, schreibt ordentlich, vielleicht 2 oder vielleicht auch was anderes. Nummer 3, die Wargame Trilogie. Von European Escalations über Ireland Battle bis hin zu Red Dragon, fordert dieses Spiel den Spieler geradezu zur Wirkensleistung, was das Thema strategisches Denken, strategisches Feingefühl und was all das weitere Thema beinhaltet, heraus. Denn, wenn man einmal hier nicht richtig aufpasst, kann man ganz schnell eine ganze Kompanie oder ein ganzes Bataillon an Kämpfer verlieren und man kriegt sie gar nicht mehr wieder. Deswegen, wenn ihr euch für dieses Spiel entscheidet oder für eins dieser Spiel entscheidet, werde ich aber auch die komplette Reihe spielen, da ich finde, da es nur geradezu gut wäre, nicht mittendrin aufzuhören, sprich, äh, oder mittendrin anzufangen. Sprich, irgendwie, irgendwann mal in, ja, in Landbette und ich spiele die anderen nicht. Also, die Story ist aber auch die, das ist, ähm, der dritte Weltkrieg ist 1978 ausgebrochen, nachdem ein Soldat, der Grenzer aus der DDR nach Westen übergesprungen ist, wortwörtlich, und, ähm, dabei ein paar seiner Kameraden, die ihn aufhalten wollten, erschossen hatten. Und deswegen ist ein dritter Weltkrieg ausgebrochen, da es nämlich die DDR ins Volk verlangert. Man spielt nicht ein, einzige, ähm, eine einzige Nation, wie zum Beispiel hier, oder Armee, besser gesagt, wie zum Beispiel die MPA oder die Bundeswehr, nein, man spielt alle. Quasi, man legt sich selber dadurch selber Steine in den Weg, dass man nicht richtig vorwärts kommt. Finde ich aber auch gut, da das Nächste ziemlich viel Action hat, ziemlich viel Potenzial. Also, wenn ihr euch für die Wargame-Trilogie oder für eins entscheidet, schreibt ein, äh, 3 in den Kommentaren, dann sehe ich, dass ihr euch für die Wargame-Reihe quasi interessiert. Nummer 4 Empire to War Egal ob Preußen, Russland, Schweden oder das Manhattanreich, von 1700 an sind viele historische Empirien entstanden und wieder gefallen. Dieses rundenbasierende Strategiespiel bietet so viele Möglichkeiten an historischen Kampagnen, wie zum Beispiel die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, beginnt mit den 13 Kolonien, oder als einer der Indianer Stämme, die, ganz, mit dem man ganz Nordamerika erobern kann. Dennoch, was wollt ihr? Also, wenn ihr dieses Spiel gesehen haben wollt, dass ich die Spiele spiele, schreibt es als Nummer 4 in den Kommentaren und welche Art von Kampagnen, sprich, normale Unabhängigkeit oder die der Indianer, sprich Kriegschwatz. Schreibt das ordentlich unten in den Kommentaren, wenn das das Spiel ist mit den meisten Aufforderungen, werde ich dieses Spiel. Die Samurai-Klasse gerade entdeckt, hat aber noch eine andere Bedeutung, als in der normalen Kampagne, mit der man dank dem Portugiesen von Akkubusse eingeführt wird. Die letzte Auswahl mit dem Titel Fall of the Samurai kann man aussuchen, ob an den Samurai es bei ihrem letzten Kampf vorbeisteht, oder aber eben diese zu feil kommt. Wer dies sehen möchte, schreibt eine 5 und welche Kampagne er haben möchte in den Kommentaren. Also, wir müssen hier noch... Letzte Aufmarsch... Nummer 6 Napoleon Totoro Frankreich hatte bekanntlich unter Napoleon so gut wie ganz Europa erobert. Auch bei diesem rundenbasierten Strategiespiel hat man eine gewisse Auswahl an Kampagnen, wie die Spanische oder Napoleon selber. Doch kann man auch als Preußen, Österreich, England oder Russland seine Armee mobil machen und in der Koalitionskampagne gegen Napoleon antreten. Auch hier gilt für diejenigen, die sich dafür interessieren, eine 6 und welche Kampagne Art man haben möchte, in den Kommentaren zu schreiben. Wir sehen ja, so, dann werden wir einfach mal wieder geschossen. Boah! Nummer 7 Rome's Faulted War In der Antike gab es viele Völker und Stämme, Herrscher und Generäle. Um diese zu führen, geht es in diesen Strategiespielen. Es verspricht mit Zorn Sparthas, Cäsar in Gallien, Hannibal vor den Toren, Kaiser Augustus und der normalen großen Kampagne eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, welche zu spielen sind. Wenn ihr euch für diese Spiele entscheidet, schreibt eine 7 und welche Art der Kampagne ich spielen soll, unten in den Kommentaren rein. Und mal sehen, wenn dieses Spiel mit den meisten Kommentaren ist oder mit den meisten Likes, wird dieses Spiel gespielt. Dann werdet ihr auch sehen, woher ich auch den Namen Mario-Kanal habe. Also, schreibt mal schön ordentlich. Ciao! Ciao!